Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Cosinussatz. Könnt ihr euch schon vorstellen, das ist die Nachfolge vom Sinussatz, den wir ja schon kennengelernt haben. Nur manchmal reicht uns eben der Sinussatz nicht aus, um eine gewisse Größe in einem nicht rechtwinkligen Dreieck zu bestimmen. Hier in diesem Fall ist es zum Beispiel der Fall. Also wir haben die Seiten B und C und Alpha gegeben als Winkelmaß und wir suchen die Seite A. Also wir können jetzt A zu Sinus Alpha ins Verhältnis setzen, aber wir haben ein Problem, denn wir können weder B zu Sinus Beta noch C zu Sinus Gamma setzen. Das bräuchten wir ja, um die gesuchte Größe zu haben. Das heißt, wir haben hier zwar vier Größen oder drei Größen, die wir haben und suchen die vierte, aber wir können es mit diesen Größen eben nicht über den Sinussatz lösen. Dafür gibt es aber den Cosinussatz. Wie der ausschaut und wie man den dann besonders gut sich merken kann, das werden wir jetzt angehen. Wir werden den diesmal nicht herleiten, sondern wir werden direkt loslegen. A Quadrat ist gleich. So beginnt der Cosinussatz in diesem Fall. Und ich habe das schon beabsichtigt hier in unterschiedlichen Farben gemacht, in Pink und in Grün, damit man das sich besser merken kann. Es geht um Quadrate. A Quadrat ist gleich. B Quadrat plus C Quadrat. Hier können wir uns schon merken. Wenn wir also die gesuchte Seite A haben, dann müssen wir die anderen beiden Seiten hinterher ins Quadrat setzen. Anschließend werden sie zweimal einfach abgezogen. Also hier ist ein B Quadrat plus C Quadrat minus zweimal B mal C und dann mal Cosinus Alpha. Das ist jetzt sehr umständlich der Cosinussatz, der sich aufs erste Mal wahrscheinlich sehr schrecklich anschaut. Aber man kann sich das immer leicht merken. Die Seite A und der gegenüberliegende Winkel Alpha, die müssen immer vorne und hinten stehen. A Quadrat ist gleich. Die Seite, die hier nicht steht, die beiden Seiten werden dann anschließend ins Quadrat gesetzt. Die grün hier markierten. B Quadrat plus C Quadrat. Minus, dann wiederholt sich zweimal B mal C, also die beiden Seiten, die hier genannt sind. Und dann, wie schon gesagt, mal Cosinus Alpha. Jetzt könnte damit die Seite A berechnet werden. Aber wir können mit diesem Cosinussatz auch den Winkel Alpha berechnen. Also wir nehmen an, die Seiten A, B und C sind gegeben. Dann könnte ich damit das hier, das hier, das hier, das hier und das hier ausfüllen und diesen Winkel bestimmen. Das geht allerdings etwas umständlicher, denn wir müssen hier erst umsortieren, äquivalent umformen. Ich mache das, weil hier ein Minus vor diesem Produkt steht. Ich bringe dieses komplette Produkt mit einem Plus auf die linke Seite. Dann verschwindet es ja hier und auf der linken Seite wird es mit plus 2 B C mal Cosinus Alpha ergänzt. Rechts bleibt stehen, B Quadrat plus C Quadrat. Ich versuche jetzt nach und nach nach Cosinus Alpha aufzulösen und weil hier eben ein Minus steht, habe ich das zuerst, diesen Produktterm mit einem Plus nach drüben gebracht. Und jetzt bringe ich das A Quadrat hier weg, weil ich will ja nach und nach auf Cosinus Alpha kommen. Dann bleibt stehen, 2 B C mal Cosinus Alpha und das A Quadrat kriege ich weg, indem ich minus A Quadrat rechne. B Quadrat plus C Quadrat minus A Quadrat. Jetzt möchte ich noch, dass Cosinus Alpha allein steht. Da steht aber noch ein Produkt mit 2 mal B mal C davor. Das heißt, ich muss hier durch 2 mal B mal C teilen. Cosinus Alpha ist gleich B Quadrat plus C Quadrat minus A Quadrat. Und dieses geteilt durch 2 B C mache ich durch einen Bruchstrich. Das darf ich ja, das haben wir schon mehrfach kennengelernt. Und jetzt habe ich eine Formel Cosinus Alpha, das direkt nach Alpha berechnet werden kann. Ich muss nur noch den inversen Cosinus ziehen. Diese Umformungen kann ich mir schenken, auch in den Formelsammlungen sind die immer so zu finden. Das heißt, je nachdem was ich brauche, wenn ich den Winkel brauche, nehme ich diese Formel. Und wenn ich die Seite brauche, nehme ich diese Formel. Da kann man sich auch ganz gut merken, das was abgezogen wird, ist das was zu dem Winkel gehört. Und diese beiden Seiten, die findet man hier unten auch wieder. So kann man sich das merken und so muss man sich es auch vielleicht auswendig merken, damit man da Zusammenhänge erkennt. Grün und grün, dass das hier wieder auftaucht und hier und hier wieder auftaucht. Diese Variante war jetzt ja nur eine Variante. Es besteht ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel das Ganze bezüglich des Winkels Beta berechnet werden kann. Also hier geht es jetzt um Cosinus Alpha, aber vielleicht geht es ja auch um Beta oder um die Seite B. Das geht natürlich genauso. Ich fange halt hier mit B Quadrat an. Dementsprechend steht dann hinter dem istgleich A Quadrat plus C Quadrat. Könnt ihr euch denken, was kommt? Minus 2 mal A mal C und dann mal Cosinus Beta. Auch hier kann ich das Ganze auch nach Cosinus Beta umschreiben. Ich spare mir hier natürlich auch die Umformungen, sondern schreibe es gleich hin, weil ich es ja jetzt schon kenne. Cosinus Beta ist gleich. Dann steht hier oben A Quadrat plus C Quadrat minus B Quadrat, genauso wie hier drüben und 2 mal A mal C im Nenner. Und so kann ich das dann nach Beta umwandeln. Und natürlich geht das Ganze auch mit Gamma beziehungsweise C. C Quadrat ist gleich A Quadrat plus B Quadrat. Man nimmt hier die alphabetische Reihenfolge. Dann kommt automatisch minus 2 mal A mal B mal den Cosinus von Gamma, also der Winkel, der der Seite C gegenüberliegt. Das muss man immer am Schluss noch ein bisschen beachten, dass das und das zusammenhängt. Und das Gleiche kann ich natürlich auch wieder nach dem Cosinus Gamma umformen. Cosinus Gamma ist gleich A Quadrat plus B Quadrat minus C Quadrat durch 2AB. Ihr wisst ja, das kam von den Umformungen zustande, die wir hier beispielhaft mal gemacht haben. Aber wenn ihr wisst, dass das so geht, kann man sich auch direkt die Formel merken. Eure Aufgabe zum Schluss ist es jetzt noch, das mal exemplarisch durchzuprüfen. Wir haben ein Dreieck mit der Seite A, mit der Seite B und dem Winkel Gamma gleich 30 Grad. Macht euch eine Skizze und dann schaut mal, welchen dieser drei Sätze ihr anwenden sollt. Es ist eigentlich immer vom Winkel her zu betrachten. Wann man jetzt Sinussatz und Cosinussatz verwendet, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Zuerst müsst ihr mal lernen, den Cosinussatz richtig aufzustellen. Wichtig dafür, immer eine Skizze verwenden, dann sich überlegen, welche Größen zueinander passen, wie der Cosinussatz aufgestellt werden muss und da kann man sich auch immer mal die Formelsammlung nebenhin legen, um sich zu bestätigen, was man für eine Vermutung hat. Aber bitte nicht immer auswendig aus der Formelsammlung nehmen, denn da passiert es, dass man dann vielleicht oft das Falsche verwendet. Ihr habt also heute den Cosinussatz kennengelernt. Je nachdem, was für einen Winkel und was für eine Seite ich betrachte, muss ich den in einem Dreieck anders aufstellen. Kommt natürlich auf die gegebenen Stücke an, die wir haben. Und dann ist es auch wichtig, welche Formel ich verwende. Den, wo ich nach einer Seite aufgelöst habe oder den, wo ich nach einem Winkel aufgelöst habe. Und dann hilft es eigentlich fast nur, das Ganze sich immer exemplarisch auswendig zu merken. Winkel und Seite vorne und hinten müssen zusammenpassen und die jeweils anderen Seiten stehen dann in der Mitte mit Quadraten und einmal mit zwei mal die beiden Seiten. Das prägt ihr euch ein und dann habt ihr bestimmt keine Probleme mehr mit dem Cosinussatz. Denkt dran, die Aufgabe unten auch noch ausprobieren. Das kriegt ihr bestimmt hin mit Skizze und dann einsetzen. Tschüss! Tschüss! Schön!